Auch im Entertainment-Bereich gibt es zur Saison 2017 eine Neuheit. Im Abenteuerzelt ist am 8. April die neue Show, die Traumfinger, gestartet. Eine wundervolle Show für die ganze Familie, die wirklich sehr zu empfehlen ist. Wir sind die ungeliebten Traumfänger, träumen können wir nicht mehr. Suche an den fernen Platz nach allen Kindern ab. Wo? Dein Raum gehört nur uns, wir sind die übten Traumfänger, Jungs. Man dachte, wäre böse Kreatur, viele mal rechtlich untersturnt. Es ist ein ungeliebten Traumfänger, die vollkommen, die vollkommen, die vollkommen, die viel. Was wir ganz genau in der Nacht sind alle Katzen drauf.